So, jetzt geht aber endlich mal die Runde los. Hallo Leute und willkommen zu mir, spontan eingefallen, man könnte Draw My Finger mal mit Super Secret Settings spielen. Wie sieht das da oben denn aus? Ich weiß jetzt nicht mehr welche Farbe das ist. Und zwar, das Spiel wurde geupdatet. Halt, halt. Das Spiel wurde geupdatet und es gibt jetzt mehr, es gibt mehr Farben und dieses ganze Zeugs. Was war denn das für eine scheiß Idee? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das normal aussehen würde. Aber wir bleiben jetzt dabei. Ich wollte eigentlich ursprünglich, hatte ich überlegt, ob man nicht einfach generell irgendeine andere Farbe nimmt. Da gab es noch was Schönes. Aber naja, jetzt muss ich Pants. Okay, was davon ist blau? Ich habe keine Ahnung, was blau ist. Ich habe keine Ahnung, in welcher Farbe ich das jetzt male. Aber ich glaube, man erkennt es in relativ vielen Farben, dieses Muster. Da, der hat es schon der erste. Jetzt sehen wir einfach irgendeine andere Farbe. Wir machen es so. Sieht doch gut aus. Ich finde, man erkennt das. Keine Ahnung, welche Farben das sind. Und Entschuldigung, falls es zu krebsig kommt. Können wir mal näher rangehen. Ich wollte ja generell das hier mal aufnehmen, da ich gesehen habe, dass es hier neue Spielmodi gibt. Gestern kam der Part relativ spät. Ich hoffe, wenn das hier relativ klein wird. Also, es könnten eigentlich noch ein paar Leute verlassen, damit die Runde kürzer wird. Das ist doch irgendein Tier, oder? Jawohl, das sind die Tigerstreifen, Junge. Das heißt, er hat es wahrscheinlich in Orange gemalt, oder? Halt, wir können doch immer am Sand kurz sehen. Immer wenn der Sand ganz kurz relativ normal wirkt, da ist auch die Orange-Phase. Das heißt... Na gut, ich kann ja Weiß, äh, Weiß, Schwarz und Grau benutzen. Das weiß ich ja. Okay, das ist aber eigentlich das Standardwort. Ich wundere mich, warum andere Leute nicht einfach auch ein bisschen mehr spammen, weil... Es gibt nun mal einige... Wie ist er da hingekommen? Ne, das ist nicht der Typ von da. Das heißt, man kann da irgendwie rein? Ich würde gerne. Sind das hier Holzbretter? Oh, jetzt gibt's schon ein neues Wort. Okay. == Musik Wie ist der Typ von der� äh, ich weiß nicht also heute der Tag lief relativ gut abgesehen davon, also ich hatte ja gestern schon davon erzählt gehabt was ist das denn? ich weiß es nicht, ich hatte gestern davon erzählt gehabt, dass ich heute einen harten Tag hätte mit dem LK-Zeugs und so was ist es jetzt? Farber? Achso ähm die an sich ging relativ gut rum doof war allerdings, dass ich nicht wusste, dass ich bis 14 Uhr also an diesem Tag letzter Abgabetermin etwas im Französisch hätte abgeben sollen, das habe ich jetzt nicht gemacht und ich werde es einfach Montag abgeben statt dass ich irgendwas schlechter hinkritzel ähm okay, das sind die zwei, die ich wüsste mit P und deshalb, das ist jetzt doof gelaufen Leistungskontrolle kam in Info nicht dran weil ich da an der letzten Werde, die noch nicht dran waren oh, das ist ein Wort cool eben hatten wir noch ein seltsames Wort, wo ich mir gedacht habe hä, das ist ein Wort was war denn das? äh ein neues Wort mit fünf Buchstaben ah, so kommt man also runter das ist gut äh was war das Wort? es gab irgendwas, wo ich mir gedacht habe oh, das ist ein Wort Striche Striche aber in welcher Farbe okay, da hat mir diese eine Person geholfen aber wir könnten das noch schaffen kriege ich Schaden? nein okay Grass ah ja, man hat ja jetzt auch diese Tools dass man felkig und kreismäßig zeichnen kann toll und ich habe vorher noch, äh Stuff dafür ausgegeben um mir diese Kids zu holen weil ich daran eigentlich Spaß hatte das einzige Doofe in dem Spiel ist halt dass die Leute so seltsam bauen und böse sind das ist ein Tier und ich habe schon Enter gedrückt und es hat einfach gelaggt ach man was muss ich jetzt fall okay, dann nehmen wir einfach schwarz machen hier eine Klippe füllen die aus ich kam auch hier in der ersten Runde noch gar nicht so gut drauf klar was hier was ist so, und jetzt malen wir hier einen Typen der fällt easy z z z z z z Ich weiß gar nicht, ich hätte das mal überlegt. Autumn heißt ja Herbst, aber war Fall nicht auch Herbst? Ist das so? Ich weiß es gerade nicht, aber ich meine mal in den Sinn bekommen zu haben, dass ich bei Fall auch an Herbst denke. Nicht Engel? Oh, jetzt benutzt er irgendeine Farbe. Ich weiß nicht. Ach, schon wieder Thief. Verdammt. Das kam eben erst. Ah, dieses ekelhafte Wort. Oh, das Wort wird zensiert. Okay, erstmal noch angeben, dass ich gerade richtig geil war. So, dann gehen wir mal zurück in den Hub und schauen uns noch diese Welt hier kurz an, die sich gerade aufhängt. Alles klar. Speed Builder habe ich jetzt seit einer halben Ewigkeit nicht gespielt. Schade, dass das bei mir irgendwie ein bisschen raus ist, aber ich muss sagen, seit... Oh, das Schwein ist cool. Seit jetzt noch mehr Content dazugekommen ist davor, wo ich das alles schon auswendig konnte, da war das richtig cool. Da hätte ich mir vorstellen können, das eine halbe Ewigkeit so weiterzumachen, aber jetzt ist irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen raus. Was? Skeletal Miner. Ist hier unten nicht auch ein Draw My Thing Teil? Genau. Kann man hier lang springen oder es auch lassen? Oh, und ich lagge. Gleich werde ich wegen Substitious Movement gekickt. So war es immer eine Zeit lang jetzt, wo hier alles neu war. So, jetzt bekommt man hier doch ein Brush, oder? Genau. Jetzt kann ich hier auch was malen. Ha, jetzt bin ich mal der, der den Penis malt. Keine Ahnung, in welcher Farbe hier vorne. Aber jetzt war ich's. Boom. Okay, gut. Dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, das war jetzt eine relativ kurze Folge, weil... Nicht, dass ich jetzt hier nur in der halben Ewigkeit quatsche. Denn es wird aktuell sehr schwer werden, hochzuladen, weil alles doof ist. Ich habe jetzt nur eine Uploadrate von 0,44 MB, da das Modem woanders steht und... äh, oder die Routerbox, oder vielleicht ist es dasselbe. Ich weiß nicht. Okay, danke fürs Zusehen. Ciao.